Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, der Zerschmetterer und die Juwelenmine sind fertig. Ich kann sie noch mal verbessern. Wir müssen noch dafür Loot sammeln. Hier habe ich die Ausmauern ein bisschen verbessert. Die Kanonen alle auf demselben Level gebracht, wie ein Werfer höher gemacht, den Kobold fertig gemacht und der Blitzzauber wird auch noch mal gemacht. Ja, wir haben zwölf Stunden Schild. Passt eigentlich nicht, aber egal. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verloren, naja. Verloren, naja. Verloren, naja. Verloren, naja. Verloren, naja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Truppen ausgebildet. Warum hoch immer? Vielen Dank. Ich habe keine Truppen ausgebildet. Ich mache jetzt einen Cut für 16 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Truppen sind fertig, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich splitze mal hier. Hat leider nicht gereicht. Die haben versucht, die haben versucht, vor der Bombe wegzulaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oha, der arme Bogie wurde einfach weggesprengt. 100%. 100%. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wow. Wow. Na ja, eine Million minus 100, 73.000 etwa. Aber ich habe auch eine ganze Menge durch die Goldminen bekommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ich hätte von hier angreifen sollen. Deshalb brauchen wir die Bombe. Die können einfach hier ein Loch reinmachen. Oha, grün. Die Hälfte meiner Barbaren sind weggeflungen. Ach, Glück habt. Kommt schon Barbaren. Kommt bis zum Rathaus. Kommt. Haltet durch. Macht das Rathaus down? Nein. Dover Tesla. Verdammt. Ich hätte auf 50% gehen können. sollen das wäre eh nichts geworden hoffen wir mal jetzt dass der gina schlecht angreift 50 prozent verbessern wir mal die doppelkanone das ist dann wahrscheinlich auf die anderen beiden kann noch verbessert vielleicht sollte ich doch noch eine andere base bauen obwohl wir sind jetzt so kurz vor diesem rathaus level und da kriegen wir mehr mauern ich glaube ich lasse es erst mal so und baue das danach ähnlich noch mal die andere seite einmal verkehrt war und hier noch ein paar mauern die da die da nein die da so und was mache ich hier noch die bomben könnte ich noch mal machen ihr seht auch ich habe es ein bisschen umgebaut ist mir jetzt erst eingefallen ich habe jetzt die fallen statt am rand zu machen habe ich jetzt hier in die mitte gemacht und glaube ich mehr extra bis ganz nach außen um in eine falle zu treten wenn die riesen hier vom bogenschützenturm da lang laufen bumm noch eine kanone gehen zur kanone dann kommt noch eine bombe zum bogenschützenturm dann laufen die hier rüber und treten dann die nächste bombe also ich denke mal schon das klappt ok dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin und tschüss aber so Bis zum nächsten Mal.